ich versuche wirklich das problem ist zum beispiel wieder kann ich daran springen reicht der weg das meine ich nämlich ok jetzt habe ich ihn aber irgendwie ganz ehrlich das ist ja crazy er läuft hierhin steht jetzt so der läuft gerade dahin dann könnte ich hier die die so vorliegt das gar nichts ok das war's ich muss hier viel sanfter vorgehen crazy shit alter die stelle ich mich denn hier gerade ich habe so ein bisschen rente oder wie man das nennen will oder so ein bisschen maul ich bin aber das ist unglaublich und denkt jetzt unentdeckt bleiben das hat mir schon so dies habe ich gemacht jetzt muss ich nur noch mal mit pfeil und bogen mich versuchen anzustellen wie gesagt ich bin ja froh wenn ich überhaupt diese wenn ich das irgendwie schaffe wollte ich noch nicht mal und ich hätte wahrscheinlich in der müssen noch silber schaffen können aber das ist überhaupt das war ja überhaupt nicht so drin wie ich wollte so jetzt hocke ich hier und habe das problem das ist doch ätzend alter jetzt und ich 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 so den haben wir auch ich habe mich schon wieder lustig angestellt das kann ja nicht so schwer sein eigentlich so die sind in der halle also in der mine sorry ist nicht verarschen so so wenn die jetzt hier kommen würden dann würde das richtig passen so 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 kopfschusstötung schwachpunkt versuchte ja hier mit diesen dingern platt zu machen ja genau das war wieder so klar so okay das war mal richtig nice jetzt weiß ich was das vorhin war aber ich will den typen da kriegen und kriegt ihr nicht gerade hier ja hier ist vorsprung kriegt die motten ja und jetzt bewegt er sich nicht mehr da hier 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 Ja komm. Freund der Sonne, komm da raus, alter. Endlich. Ich hätte dieses andere Pfeilding mal nehmen müssen. Hier dieses, sage mal, ich habe gleich keine Lust mehr auf diese, danke. Der ist jetzt runtergegangen, so der hockt da. Ja. Ja. Ja, was er? Mensch. Oh, ey. Okay. Ja. 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 Was ist das? Ja, endlich, ey. Aber die Punkte werden die ja nicht reichen. Das sieht echt so aus, als wenn ich hier so eine Art Falle bauen kann. Und wenn ich dann probiere, dann funktioniert das wieder alles nicht. Huh? Huh? Wir hauen mal ab. Gucken, was die sagen. Weil die sagen, da ist etwas passiert. Das kann ja gar nicht sein. Oh, ist das? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, komm, komm, komm. Das ist ja nicht ganz im Recht. Ja, irgendwie schon, aber ich will ihn gerade gar nicht spüren. Wo ist er denn? Ach, verfolgt hast du mich nicht, oder was? Ja, das war natürlich sehr gut. Gut. Das, was ich wollte. Was er denn? Alter. Was? 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 Wie? Also so langsam kriegt die Motten hier, ne? Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, die andere Bude. Das ist doch wohl ein Witz. Soll ich dem das auf die Rübe hauen oder was? Danke. Okay, du kommst nicht mit, dann nehme ich dich mit. Das brauche ich hier so eine Mini-Falle mal. Dass ich dann sagen kann, hier, ich hab's probiert. So, die drei haben wir hier hingepackt. Könnte auch sein, dass das zu weit ist, ne? Sechs Mann haben wir noch. So, komm. Dann kletter mal hier hoch. Ich schlettern mal hier hin. Und wir haben hier nix. Ihr wollt mich doch echt feiern. Ohne piebeln. Ohne piebeln. Oh Ich muss hier noch einen, den mich so töten, wie ich das will So come so ich glaube ich habe es aber wieder nicht geschafft obwohl ich diesmal relativ groß war also mit den punkten oben da aber ich habe das heute mal nicht reicht in dann gerade mal für bronze oder so das ist ja unglaublich das hat immer noch nicht gereicht crazy shit so 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 so